Oh, nein! Du bist ein Assi. Ja, jetzt wird erstmal mit Urban Evasion da rumgeschlichen. Du bist einfach ein Assi, Mike. Ich habe doch gesagt, ich helfe jedem mit meinem Setup. Ja, moin. Ich bin am Killer-Check und da ist die Nurse. Oh, ne, die hat den Park drauf, dass sie schnell laufen kann oder so, oder? Ne, sie kann sich... Ne, sie hat... Was macht denn die? Keine Ahnung, was macht wahrscheinlich nichts. Also, mein Gen ist schon zur Hälfte voll. Okay, ich bin grad mega irritiert. Ich loop gerade nen Nurse. Viel Spaß. Ja, ich... Oh Gott, ja, das ist der Gen-Nurse. Kannst du mal hier weggehen? Das wäre ganz geil, dann kann ich den Gen hier anfangen. Steven, jetzt lass die Leute doch mal arbeiten. Hab ich mal. Ich loopse immer noch am gleichen Loop am Killer-Check. Ah, hallo! Nein! Guten Tag! Wow! Hat der mich voll gesandbagged hier. Der Mike? Ja! Der hat die Palette einfach geworfen, dass er mich kriegt. Und im Ernst jetzt? Oh mein Gott! Cool bist du in dem großen Haus? Jetzt schon, ja. Quasi. Oben, unten. Oben? Da komm ich mal hoch zu dir, kannst du mich bitte heilen? Ja, kommen Sie. Kommen Sie, Mr. Steven, kommen Sie. Ich bin an dem Gen, der fertig ist. Ähm, du meinst hinter dem großen Haus? Ne, an diesem großen Haus, oben an dem Gen. Ah, der ist gar nicht fertig. Der ist gar nicht fertig. Der ist nicht fertig. Da mach ich den mal. Toll, jetzt ist es wieder bei mir. Wo seid ihr denn? Ja, da bist du doch. Ich bin an meinem Kind. Ja, aber wo ist denn, wo ist denn die Krankenschwester? Ja, unten. Die ist ein bisschen verwirrt. Ach, die ist unten? Ja, ja. Ah, okay. Wie gesagt, die kannst du lupen. Sehr gut. Ich war grad verwirrt, weil der einzige Gen, der fertig ist, ist halt der, den ich da hinten gemacht hab. Will, hast du Head-On dabei? Leider nicht. Nein. Du? Ja. Ja, okay, du hast es, okay. Dann lass uns aber trotzdem vielleicht bei diesen Gen machen. Ja, sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Nee, sie mag's nicht. Kannst du mir kurz mal leuchten? Die ist bei mir auch. Dankeschön, Dankeschön. Hat schon geholfen. Ah, sie geht jetzt Mike nach, oder? Ja, das ist nicht gerade die intelligenteste Nurse. Wollen wir mal helfen, Gintel? Ah, nee, sie geht ihn holen. Ach nee, das war Mike. Okay, jetzt geht sie erst dahin. Oh, okay, sie hat mich gekriegt. Oh shit. Ja, irgendwann trifft man immer mal. Das ist ganz normal. Ja, genau. Du darfst jetzt nur nicht in Panik geraten, weil dann liegst du schnell. Du musst immer noch denken, die ist nicht die Beste. Dann geht das. Ah, ja. Ja, okay. Das sind zwei Seiten. Okay, das heißt, ähm, weißt du was, Steven? Ich geh schon mal heilen. Okay. Jetzt hoffentlich One-Tap. Wurde doch schon aufgehoben. Ja, wurde schon aufgehoben. Nee, King. Ach, echt? Wurde ich schon aufgehoben? Komisch, okay. Keller, oder? Ah nee, da. Ah nee, da hinten am Killer-Check, ja. Ach, was geht. Ich urbe-wäsche mich mal dahin. Oh, muss ich gar nicht, die ist schon weg. Ups, ich wollte dich heilen, da ist er weggerannt und deswegen ging der Saboteur an. Okay, sorry, ich hab die gewastet, sorry. Die Palette, oder was? Ich dachte halt, sie kommt, weißt du? Ja, die Palette gewastet. Ja, ja, die Palette gewastet. Beutzung meine ich. Oh, die Taschenlampe. Und? Ah, schade Steven. Ah, Hälfte hab ich schon. Nee. Schade. Phil, block mich doch nicht. Alle blocken sich gegenseitig. Der andere Typ kommt und hilft mir gleich. Echt? Ja. Head on. Random ist da. Sehr schön. Nee, doch. Er rennt einfach wieder weg. Ja, der traut sich nicht. Ich hol sie mit. Ich hol die Dame mit. Ah, sie geht wieder zurück. Okay. Nehm ich an. Sehr gerne. Okay, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ah, der Gen war so weit. Mein Gott, da oben der Gen, der ist ziemlich weit. Falls ihr den mal antatschen könntet. Ähm, wo denn? Äh, am Killershack. Ah, das hab ich nicht weiß. Am Killershack, okay. Da, wo Mike gehangen hat. Hm, ach so, okay. Ach der. Ja. Der ist ja schon ein Stück. Dann mach ich den mal weiter. Ja, ich bin an einem anderen dran. Das sind wir gleich durch. Okay. Wir sind ja erst bei 5 Minuten Aufnahme. Ja. Ja. So, ich bin dann schon mal im Ausgang. Ich warte ein bisschen Fertigzeitkollegen. Ja, ich hab die Hälfte. Äh, wir sind bei 60%. Echt? Äh. Oh, das könnte ja echt ne schnelle Runde werden. Äh, das stimmt aber nicht. Ja, ist okay, sie kommt. Bestimmt mega krass. Und sie hat dich. Ja, sehr gut. Du warst noch nicht dran, oder? Ne, ich war noch nicht dran. Ich krieche trotzdem weg. Ich lass mich erst mal vom Random heilen, dann kann ich auch wieder was machen. Ja. Lass mich erst mal begrapschen, alles gut. Ja, ist noch ein bisschen bei mir. Ja. Jetzt geht's langsam. Da hoch. Dieses andere Häuschen. Ah, das ist bei dir, okay. Oh, shit. Oh, die hat daneben gehauen. Ich hab DS, deswegen bleib ich hier. Ja, die könnte, ähm, nöt haben. Oh, shit. Oh, warte, ich guck mal, ob ich einen Haken sabotieren kann. Ist direkt ein Haken bei dir? Ja. In der Nähe. Ah, da. Oh, fuck, 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 fuck. Soll ich den Gen auf 99 lassen, oder? Soll ich den durchziehen? Ne, ich... Ja, mal ziehen durch. Oh, Gott. Ich hab grad in der Luftwand gehangen. Oh, der Felix, der blockt. Ah, Mist. Ah, shit. Alles gut, der... Die geht jetzt im... Ne, doch nicht. Bleibst du jetzt hier und campst mich, oder was? Ja, sag mal mal bitte, wo die warst. Die steht genau vor ihm. Phil, heil mich. Bist du noch am Generator, wo du warst? Ich mach grad die Tür hier auf. Okay, ich spring mal in den Schrank rein und raus. Dass sie... dass sie kommt vielleicht. Ne, es kommt. Warte? Ne, es kommt nicht. Okay, dann lass ich mich von Phil heilen. Phil? Ja, das ist gar nicht Phil. Heil mich. Das bin ich nicht. Wir kommen dich holen. Aber ich seh euch. Ja, wir kommen dich holen, Mike. Dennis auf 99,9. Ich hoffe, dass dein A nicht klemmt. Mach's auf, Phil. Ne, mein A klemmt nie. Wir heilen uns jetzt alle und dann mach das Tor auf. Weil wir müssen dann gleich raus. Okay, Felix. Jetzt geht der andere... Geht auf euch zu. Perfekt. Ja. Ja, Phil, warum geht... Alles klar. Ich mach auf. Ich hab keine geliehene Zeit. Alles gut. Ich hätte theoretisch auch breakable. Ach, Mann. Ja, hoffentlich sluggt sie jetzt. Ja. Ja, ich bleib im Schrank, dass ich sie noch stunnen kann. Sie... Ja, oh Gott, sie will mich baiten. Sie will mich baiten. Sie will mich baiten. Okay, okay. Sie denkt, ich bin mit einem anderen Schrank. Lass mich jetzt Blende heilen. Blöd hat sie ja nicht, ne? Okay, das war... Soll ich krabbel erstmal noch ein Stück? Sie hat mich. Ich krabbe noch. Geh Mike holen, sie hat mich. Bei mir war's verbuggt gerade so ein bisschen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Okay, alles klar. Dann fang ich auf raus. Oh fuck, mehr Ernst jetzt? Oh, ich könnte aufstehen, theoretisch. Ja, warte. Dann lass mich die vielleicht... ein bisschen heilen. Ja, nice. Phil, lass dich nicht hitten, falls du mich noch retten musst. Ja, ich tanke ihn. Moment, lass dich heilen. Sie kommt zu euch. Alles klar. Jetzt hebt sie mich auf. Du kommst da raus, nein! Jetzt hebt sie mich auf. Schade. Bist du dann tot? Nee, ich bin zum ersten Mal dran. Aber wenn noch jemand blockt, dann kriegt sie... Sie kriegt mich nicht dran. Sie kriegt mich nicht dran, aber der Random liegt jetzt. Geil. Das ist extrem schön. Okay. Ich bin wieder am Schrank. Hä? Ich glaub, sie ist disconnected. Ich glaub, sie ist disconnected. Ja, sie hat keinen Bock mehr. Komm, lass es laufen. Ja, komm, geh mal raus. Oh, GG, Leute. Oh, das ist gerade ein Dead Heart. Ich glaub, der Random hat noch ein Dead Heart. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da hat die echt noch disconnected. Nice. Oh, mein Gott.